uhr es ist anstrengend kommt ja zu keiner Pause hier alter so unsere erste Indie hier, was ist denn die Hallen der Tapferkeit? na oh ich hab so an sowas ne ich muss jetzt mal schluck trinken, oh ey jetzt bin ich aber gespannt hier mhm aaaaah, ja, ok, hör einfach auf haut rein, ja, wir... wie was geht, Leute? bitte und ob ihr Chef verkehrt ist so macht hier keiner was wir warten auf den Tag ich muss jetzt nicht mehr zwingen lange habe ich die Ankunft für unsere Champions erwartet ok, kann man weitergehen ja ich muss näher zeigen, woraus sie gemacht sind scheiße, ich sehe gar nicht gut, ey oh, ich muss natürlich auch... achten auf... weißt du an was die mich erinnert? an so eine 80er Charaktere zum Ende hier mit diesem Vogelboss am Ende ja oder an die... das letzte Ding mit dem Arakoa da mhm mhm ich bin außer Reichweite ist das da schon ein Boss? ey scheiße, wir wissen ja gar nicht, wie die Bossen funktionieren oh fuck oh 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 das ist ganz schön viel Schaden hier wär der so ich glaub man muss aus dem Quatsch da mal raus so, ohne entdecktemäßig so gleich haut's einen aus den Latschen, ne? ich glaub der hat zu viel gepolt, könnte ich mir vorstellen mhm 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 ich muss zuerst etwas anvisieren hey sch sch grunz grunz das das? alles gut mhm also die Annie erinnert mich jedenfalls an zwei andere Annie's so von ihrer Optike also vielleicht liegt auch nur an den Farben, an dieser Ehrlichkeit und ja was macht der? ich werde selbst euren Leer das ist der und was? 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 was tat Sturmarten Wald? was ist denn dieser Sturm Art Helm? ein, der Ehrener, ein Beschwert, stimmt drauf wird das wohl ein Drache sein? ne? ein Drache wird das wohl sein, ne? Das berinnert mich an die Inni Vorpandaria? Inni Vorpandaria? Uldum? Uldum! Da ist, da ist, oh, da ist doch so, oben dieses, in der Luft das Ding. Ähm, ja, ich weiß was du meinst. Wo man immer dann auf diese Wirbel geklickt hat, um weiterzukommen. Ja, genau. Oh ja, wie das jetzt hieß, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich weiß was du meinst. Das meinte ich ja mit dem Vogelboss am Ende, aber es war gar kein Vogel. Das war, das war so ein Sturm, das war so ein Wind-Elementar, ne? Alter, da kann ich Feuer unter. Man sieht ja richtig Blut, das ist ja, das gab's ja nicht, oder? Doch, du hast aber, die Spritzer waren halt nicht besonders, die Oso, ne? Hm. Geh weg, tanze in der Klinge, okay. Ich gehe, ich geh weg, mal gerne, tanze in der Klinge. Ja. Oh, ich denke jetzt, denke sofort an das erste Mal, äh, Wildstar, Annie. Oh mein Gott, Alter, das war trauenvoll, oder? Ein Alftraum bei Tageslicht. Oh, gehe weg, tanze in der Klinge. Oh, das Blood Splatter. Was ist denn? Ja, das war scheiße. Was ist das? Der wurde besiegt, der lebt aber noch. Ja, die Knie. Oh, ne Kiste. Da ist nix drin, Alter. Gold. Hier, sogar. Gold. Ja, auch die Treppe, wo... links, rechts, irgendwie... Ich überleg grad, wie diese Indie hieß. Ich komm grad nicht drauf. Aber auch, ja, mit diesem Blitz... Blitzzucken... Ne, die hieß nix mit Stürme, glaub ich. Nein. Du meinst die, wo, ähm... Die ist oben in, ähm... Heißt es Uldo? Uldo? Ja, in der Luft da, ne? Dieses Ding, scheiße, wie heißt das denn? Ey, muss ich jetzt gucken, echt? Und ihr ist mal klarer? Äh, wo ist denn das Kompendium? Start... Kalakaklana mal lesen... So ist Vortex Gipfel, okay, alles klar. Ja! Vortex Gipfel... Ja, stimmt, erinnert mich aber auch ziemlich am Vortex Gipfel, irgendwie. Ja, auch mit den Treppen und ja, wie du schon sagtest, ich würde mich hier irgendwie holen. Vielleicht gehört das irgendwie dazu, also auf irgendeiner Art und Weise. Obwohl hier so... Die Typen, die sehen schon wieder aus wie aus Wartelkir, diese Babaren, ne? Ja. Also entweder, könnte man jetzt gemeinsam sagen, ja denen gehen hier die Ideen auch langsam. Oder man sagt, die versuchen das alles zu kombinieren, so, ne? Mhm. Obwohl sie diese, diese Modelle ja eh schon, ähm... öfter wiederverwendet haben, sag ich mal, ne? Mhm. Gephalch... A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Jops, bist du tot? Als er hier nicht lebt, ist er wohl tot? E assumption, hier ist er wohl... Gephalch... Ok wir müssen also an der Seite hier Oh Gott Oh hier müssen wir echt auch Ich hab schon geboilt Echt jetzt? Einer nur Der Feuer, der ging ja hier Ne, was stimmt hier nicht, stimmt Ich hab Angst hier zu sprengen, nicht Ja, hätte ich auch, ich mein klar, wenn man es noch nicht kennt, der Kippen scheiße ist und so ne Wir müssen irgendwie mal zusehen, dass wir dieses heilende Licht kicken Was, was für ein Licht? Heilendes Licht, weil dann heilt er nämlich nicht Der eine da Achso, womit kicke ich dann hier? Magie auf Zern? Ja Oh, das war das nicht, ok Ne, der weiß ich auch nicht Das ist einer von denen, die die Röcke anhaben, ne Ja, die Roben Ja, die sind so Alter, das ist ja ganz schön voll hier, ey Ah, hier muss man was sammeln Bier auch so Echt jetzt? Medcock, ja Ich hab gar nichts Nämlich das Oh, was kann ich denn machen? Ich kann das schmeißen Nämlich cool Irgendwie Ich kann die nicht angreifen hier Ja, vielleicht wegen dem Bier Die hauen sich jetzt gegenseitig, wenn man diese Bier Diese Krüge nimmt Ah, ich glaub, dass damit gemacht wird man hier nicht alle, äh, komplett durchprallern muss, ne So, jetzt hat das wie deine auch genommen, siehst du, der Traum, die sich Das ist kein Quatsch Oh, muss ich vertasten jetzt Oh, jetzt muss man doch wieder schlagen, ne Ne, ne Gibt's hier noch Bier? Ne Scheiße, echt Leute Wir sterben jetzt Ja, clever war das nicht Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie schuld dran hab, aber ich denke nicht Das geht, wir sind doch alle pro Garmeer, oder? Ja, und was? Oh, ich weiß nicht, wo? Krass 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 Ich weiß, er kann nicht viel... Ob ich schon, als ob einer auch so ok mit einem neuen immer mehr nun wir müssen nun nun und zufrieden Prozent äh Upsa, falsch verpasst Ich geh da raus Da kommen ja noch einiges an Bosse, also, da muss man ja dauern Echt? Ja, komm doch mal die Liste, da kommen ja noch 5 Äh 4 Welche Liste? Was? Ah gar Upsa Upsa So viel nervös! Einfach alles klicken Und ihr Name, was ewiglich ist, diese gültene Modderchall Und ihr habt ihr noch willst, Nuno? Es ist verständlich, Herr Eines fächst! Ich bin ungerüst! Taaack! Die Worte einer Worte! Ich war Zeuge ihrer Taten in Sturmheim! Ihres Leichen ist ohne Ehre! Ey, da oben macht der Schaden, der Typ da, ne? Von da oben nach. Ne? Naja, so ne Ficker der, ey. Oh, 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 oh! Jo, fickt euch. Entschuldigt. Das ist so sein. Ich bin das zweite Mal schon tot. Ich das erste Mal, ich hab nicht drauf geachtet, aber da kam auch nix, äh, so ein Hinweis jetzt. Ja, man sollte sich nicht zu sehr auf seine Addons verlassen, ne? Welche Addons? Äh, DBM zum Beispiel. Weißt du? Ich weiß ja eigentlich nicht, wieso ich das habe. Naja, als Hinweis, damit du da nicht immer in irgendeiner Scheiße stehen wirst, oder? Ich glaub, wir müssen eigentlich den Geist frei lassen. Ich weiß nicht, ob die uns, äh, wiederbeleben hier. Wie? Ach schon. Meinst du? Ich geh mal raus. Echt jetzt? Ja, ich fahr doch nicht hier. Ne? Also, ich... ...laufe. Hier hinten? Und der Otter, ich reite, sag ich. Warte, ich bin mir nicht mehr laufen. So. So. So was blödes, äh? Guck ich mir das an. Und hol mal nebenbei ne... Achso, Hymnal, den haben wir... ...er siegt. Hm. Hier sind noch so viele, ey. Ich weiß nicht. Wie wird die falsch halten hier? Ach du Scheiße! Oh. Links. Halt. Goldchalber, die haste noch nichts gesagt. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho. Ich bin außer Reichweite Okay Ich bin außer Reichweite Ich bin außer Reichweite Ich glaube die Termonenjäger werden die besseren Jäger Gibt alles Büsse Achso meinst du das? Ich muss zuerst etwas anvisieren Irgendwie war das Field Damage Meint ihr, ähm, sind seit Posten hier? Als wir gestorben sind, oder? Keine Ahnung, ich hab ehrlich gesagt auch nicht weitergelesen Ich bin außer Reichweite Was ist mit, äh, under... Kicken, kicken Da steht doch unterbricht, schon wieder kick Guck Hab ich Ja, das Heiligen kann man nicht So oft kann ich nicht unterbricht Ne, ich hab auch nicht mehr frei Ich hab das verwendet auf dieses eine Heiligen, was glaube ich zu kicken war Jetzt, zack Hab ich Hab ich Ich schütte die Clay Wir müssen schon mit irgendetwas noch Oh, jetzt kann ich nicht Ich jetzt auch nicht mehr, weil ich schon alles so irgendwie verwendet habe Das nächste könnte ich kicken Das kann ich Da hinten ist aber erst der Boss Was? Was? Tyrion Ich will da... Hier ist doch der Geist von dem... Der ist auch rot Wieso kann ich dieses Ziel nicht angreifen? Geh zu inneres Auge, okay, rein hier Geh zu Geh zu Das ist aber auch wieder, da gab es nämlich auch sowas, ne? Mhm In der, äh, in die, wo ich jetzt schon wieder die Namen vergessen habe Ja, das, was du eben geguckt hast Du bist mit Stürmen, Stürmen, oder? Mhm Dein nächster Geist Oh Oh Geht das schon ran? Sie gehen erst schon ran da Was ist denn jetzt? Wer ist unser Feind? Wer ist unser Feind? Keine Ahnung, Lichtschild, muss man da was machen? Shit Ich weiß nicht Geht zu inneres Auge, ja okay, das habe ich verstanden damit Oh man, okay Oh man, okay äh, die stellen mich davor naja, why not, ne? tja, was denn die Welt gehört den mutigen Menschen das Leben wird gewonnen sein hallo wenn ich Leser Augen habe dann hast du hier zu bleiben ich slot ja warte warte ich hab ihn nicht in den Eingekern lassen wo, 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 wo hinspringst du? du, 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 du stirbt hier irgendwann? heiligen heiligen holy smokesen ich glaub die müsste gleich definitiv weg sein heiligen heiligen und wieder nur so ein bisschen Gold eigentlich für so einen langen Kampf, ne? ich mach gar nichts hier da steht nicht mehr tot da steht bewusstlos also wie? stimmt das keine Wege? oder was? da sind noch mehrere da oben ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht das ist das ein das ist auch noch ne See oh Gott ey sag ich nix zu ja wo will die jetzt hin? jaaa keine Ahnung wo geht's entlang hier? das ist ja der Tank oder? ne, das ist ja der Tank dann zaut er die an warum haute die? ne, wo du denn hast sterben möchte wissen jetzt muss man auch mal kippen ja ne mhm ein bisschen jägerlich ist ne, ne, ne ne, ne ich glaub das wird ne lange Annie ne, ne äh, ne ich glaub das wird ne lange Annie äh, ohne ich muss ne ja ran er toll oh der Liga mein Loot ich muss immer zurück ich muss immer weiter da ne, 5 Gold äh, 2 Gold knapp 2 Gold nur gemerkt oh das sieht schon scheiße aus wenn da jetzt drei gleiche Personen stehen also gleiche Charaktere, weißt du was ich mein? mhm huh wo ist das Bier? gimme the beer oh 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 shit hehehe hast du gepult? nee du hast gepult nee da hab ich ist da wir wollten nun mal gucken wie krass sind die ganzen kraft motherfucker hier kraftfucker die jäger hier jägers hat ja keiner gesehen glaube ich aber scheiße ich hab's aufgenommen das ist natürlich was anderes aber guckt mal ey nix passiert